Was habt ihr uns mitgebracht? Vorbereitet haben wir Nessun Dorma für euch alle. Und da wollten sie es nicht machen. Okay, dann viel Erfolg, viel Spaß. Und da wollen sie es nicht machen. Und da wollen sie es nicht machen. Und da wollen sie es nicht machen. Und da ist der Faktor wahrscheinlich schwierig. Und ihr glaubt, hier gäbe es eine Kategorie für euch? Wir sind ja flexibel, ne? Und glaubt ihr, wir seien so flexibel? Ja, da glauben wir fest. Dann danke ich für das Kompliment. Also ich bin schon durch, Leute. Ich fand's wirklich gut. Also ich glaube, hätte ich dich jetzt als Flugbegleiter irgendwo im Flugzeug gehabt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so singen kannst. Ob ihr den X-Faktor habt oder nicht? Das weiß ich auch nicht so genau. Dass ihr wirklich außerordentlich gut singen könnt, das ist außer Frage. Die Frage wirklich ist, wie weit könnt ihr bei X-Faktor kommen, ja? Ich vermute, das werden wir klären wollen und müssen im Bootcamp. Ich gebe euch ein Ja. Auch wenn Opern meistens tragisch enden, für Florian und Esther gibt's ein Happy End. Die Frage ist, wie weit geht's?